Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zum ersten Doku-Film für die Übergast-Website. Heute was ganz Besonderes, ein Tattoo-Termin. Crispin von Übergast lässt sich tätowieren. Und was wohl? Übergast-Logo. Wir sind verabredet mit Mirko bei Tattoo Novo, dem wohl, wie mir gesagt wurde, besten Tattoo-Artist überhaupt. Wir werden sehen. Let's do it! Hello, hello! Liebe Leute, darf ich Ihnen vorstellen, das ist Mirko, der wird mich heute tätowieren. Und zwar genau hier, wie ich schon sagte, das Übergast-Logo wird tätowiert. In rosa, wahrscheinlich. Und schaut's euch an. Ich hoffe, es wird gut. Vielleicht sitzt ihr nachher wie eine kleine Pussy da und ihr könnt euch alle schlapplachen. Wäre ja auch eine kleine Attraktion. Schneller, schneller, schneller! Wie geil bin ich, wenn ich euch alle in Sekunden vom Hals. Hört ihr noch einmal die Sound, als mein Probe ab. Denn es gibt keine Garantie, dass ich halt wieder ankomme. Let's do it! Lass uns loslegen. Es ist mir langer Weine im Latten und irgendein Rappelkicht. Ich schick euch ein Foto, denn die Schweine haben mich. Mit 8380 auf der Bahn, du Blitz! Mehr, mehr! Mehr, mehr, mehr! Mehr, mehr, mehr! Mehr, mehr, mehr! Ja, ich leuchte dich einmal, denn Auspuppe aus. Zieh darauf zu, dass du mal rüberkommst. Jo Leute, Endspurt hier. Wir sind auf der Zielgarten. Und ich fange dann langsam an, die Zähne zusammenzubeißen. Konzentration. Geht flöten. Okay Leute, ich bin fertig. Tattoo ist geil geworden. Tattoovierer hat sich Mühe gegeben. Ich hab mir auch Mühe gegeben. War ein geiler Nachmittag. Ich bin oberfroh. Es ist endgeil. Wir sehen uns bald wieder. Beim nächsten Filmchen, wenn ich mir einen kleinen Delfin auf die Schulter tätigen lasse. ABU Die Zähne